Es spricht der Unweisen und Wohl, den rechten Gott wir meinen. Doch ist ihr Herz unglaubensvoll, mit Tat sie ihn verneigen. Ihr Wesen ist verderbt zwar, für Gott ist es kein Gräuel gar. Es tut mir keiner kein Gut. Gott selbst vom Himmel sah er ab, auf alle Menschen kinden. Zuschauen sie, er sich begab, ob er jemand wird finden, der sein Verstand genichtet hätt, mit Herz nach Gottes Willen tät und fragt nach seinem Willen. Da war niemand auf rechten Hand, sie waren halb ausgeschritten. Ein jeder ging nach seinem Wahn und hielt verlorene Sünden. Es tät mir keiner auf kein Gut, wie wohl gar viel Betrug der Tod. Ihr Tun sollt Gott gefallen. Wie lang wollen Unwissen sein, die solche Höhe aufladen und fressen dafür das Volk ein und nährt sich mit sein Schaden. Es steht ihr Trauer nicht auf Gott, sie rufen ihn nicht in der Not. Sie wollen sich selbst versorgen. Darum ist ihr Herz immer still und steht allzeit in Furchten. Gott bei den Frauen bleiben will, den sie mit Glauben gehorchen. Ihr Habe schlägt des Armen rat und höhnet alles, was er sagt, dass Gott sein Trost ist morgen. Wer soll Israel dem Armen zu Zion heil verlangen? Gott wird sich seins Volks erorgen und lösen die Gefangenen. Das wird er tun durch seinen Sohn. Davon wird Jakob von Gehahn und dies ergibt sich Freuen. Nachdem Sie in der Schule gelassen, wird genäß Gott sind weg von Gehahn und die Zwischen 0. Wenn Sie in der Schule gelassen, haben Sie 5000 Jahre lang. Ausgäßt werden wir sie mit Glauben geholfen. Dassel wird alles im Laufen als Gehahn und der Gebäude gelassen.